herzlich willkommen zu diesem neuen kleinen news und gerüchte video es sind nicht viele news die ich hier zu vermelden habe es gibt natürlich einige sachen aber ihr wisst ja ich stelle euch meistens die sachen vor oder sagt euch die sachen die ich persönlich interessant finde und auch wichtig finde deswegen ich bespreche hier habe ich ja schon mal gesagt nicht alle möglichen news aber könnt mir gerne mal in die kommentare schreiben was ihr davon haltet ich kann natürlich auch vielleicht mal auf star wars oder sowas angehen aber da möchte ich eigentlich nur sachen die mich interessieren behandeln ansonsten freue ich mich natürlich wenn ich euch etwas beibringen kann hier was ihr noch nicht wusstet oder auf etwas aufmerksam machen kann wie zum beispiel das bricklink designer programm ihr kennt ja dieses programm ich habe da ja schon mal ein extra video gemacht und eine für mich persönlich traurige nachricht ist die brick west studios werden in dieser phase also jetzt am 9 november nicht mehr dabei sein sondern die gehen in die nächste phase das hat damit zu tun dass es bei dem film set zu dem film rust gab es einen tödlichen unfall alec baldwin hat da versehentlich eine kamera frau erschossen wisst ihr ja wahrscheinlich auch habt ihr wahrscheinlich in den nachrichten irgendwie gelesen deswegen wird das set leider verschoben es ist für mich aber völlig verständlich dass die das machen nicht nur dass das vielleicht ein bisschen komisch wäre weil diese szenerie ist ja auch ähnlich ist es ja ein western set ist es ein film der investern gedreht wird ist dann vielleicht ein bisschen makaber es ist natürlich auch nicht von der hand zu weisen dass das für lego wahrscheinlich auch besser ist denn jetzt werden viele sagen hey wie können die denn sowas rausbringen das kannst du doch nicht machen wenn hier gerade dieser unfall passiert ist es hat vielleicht auch rein theoretisch das ist jetzt nur eine mutmaßung von mir finanzielle hintergründe dass sie sagen okay das set würde sich jetzt eh nicht verkaufen ich will da nicht unterstellen dass sie das jetzt nur deswegen machen ich finde das ist eine gute und richtige entscheidung genauso gut finde ich aber dass es nicht komplett storniert wird sondern dass man es später haben kann dafür rückt dieses venedig haus diese szenerie quasi nach hat eine ähnliche teilegröße hat soll 17 minifiguren dabei haben das glaube ich irgendwie noch nicht nicht so wirklich also da werden können wir mal gespannt sein es gibt leider bis jetzt nur diese beiden bilder dazu ich finde es wie gesagt schade aber verständlich weil das ist mit abstand das set gewesen was ich mir als pflicht kauf schon fast quasi zurückgelegt hat gut das muss jetzt halt warten das gute ist man spart natürlich wiederum geld also der november wird sowieso teuer black friday ich versuche ja immer noch die parat bay irgendwann zu bekommen also ist das jetzt nicht so schlecht also da werde ich auf jeden fall euch dann auch noch mal berichten 2022 wenn die dritte review phase vorab oder anläuft dann werden wir uns auch noch mal alle angucken die sets nur dass ihr bescheid wisst erst mal das programm ist am 9 november um 1 ab 1 20 uhr müsst ihr auf die sache von bricklink gehen und könnt dann diese sets bestellen wie das alles funktioniert habe ich euch in einem anderen video schon mal gesagt nur ich mache gerne darauf aufmerksam weil es ein super cooles programm finde vor allen dingen für diese coolen entwürfe die so keine chance hatten bei lego die jetzt aber eine zweite chance kriegen finde ich eine super sache das ist so die haupt oder einzige news die ich habe aber auf jeden fall noch dran bleiben denn ich habe ein paar richtig coole gerüchte für euch und die wollen wir uns jetzt mal anschauen bei dem ersten gerücht gehen wir quasi in die welt von marvel und es soll nächstes jahr einen weiteren hulkbuster geben und zwar wir hatten ja diesen hulkbuster 2018 in der age of ultron version den film habt ihr bestimmt gesehen ich fand den super viele sagen der ist nicht so gut aber also wenn das age of ultron und da gab es halt diesen hulkbuster den halten ein bisschen vermöbelt hat und da soll es jetzt einen d2c hulkbuster im nächsten jahr geben der wohl doppelt so groß auf jeden fall sein soll 50 bis 60 zentimeter und das ist dann quasi dieses d2c oder ucs set was schon irgendwie die ganze hat rumgeistert dass das bei marvel geben soll ich persönlich finde es ein bisschen schade dass es nicht der avengers tower ist den avengers tower für 300 euro oder 250 euro den mal in groß zu machen das wäre auf jeden fall eine gute idee ich bin gespannt wie der hulkbuster aussieht mal gucken ob es den im freien handel angeben wird ob es da rabatte geben wird ja gucken wir mal ob das gerücht sich bestätigt aber meistens diese gerüchte die kommen schon ganz gut hin es sind wie gesagt alles was jetzt kommt nur gerüchte es gibt da keine offizielle bestätigung von lego oder sonst was ist ich verlinke euch die quellen dann wieder in der video beschreibung manche habe ich für promobricks manche von den einschlägigen instagram usern was ich euch ja schon öfters gesagt habe guckt einfach mal wieder rein und harry potter bekommen wir wohl auch zwei neue sets auch in 2020 so anfang 2020 wohl da ist aber noch nichts bekannt ist sind die die setnummern bekannt und immer wenn das so eine 40 am anfang ist es könnte ein gwp sein es könnte aber auch ein brick hat sein es könnte auch ein minifiguren pack sein das ist noch nicht klar also was davon ist weiß keiner es sind aber wohl zwei sets die quasi mehr oder weniger bestätigt sind dass dieses jetzt kommen sollen gibt aber natürlich noch keine offiziellen infos dazu bin ich auch mal gespannt die minifiguren packs von harry potter die finde ich eigentlich immer ziemlich gut muss ich sagen man bekommt vier coole figuren normalerweise und es ist nicht immer nur harry ron hermine also es sind auch schon das letzte hatte ich euch auch vorgestellt das fand ich gut es sind auch so teilweise generische zauberer dabei oder die man in generische zauberer schnell umbauen kann finde ich eine gute sache ich hoffe dass es das ist gwp kommt natürlich immer darauf an das wird dann wahrscheinlich so wie dieser schlafsaal von harry potter jetzt sein der auch als gwp aktuell verfügbar ist der damit dem schloss verbindbar ist mit dem neuen müssen wir uns mal überraschen lassen und dann gibt es noch bei der creator expert oder 18 plus serie das gerücht dass wir eine vespa bekommen sollen die sollte um die 100 dollar kosten und es soll auch an gwp theoretisch dazu geben ob das jetzt eine vespa ist in klein oder ob das irgendwas ist was das an was da sich daran anlehnen soll das kann ich euch leider nicht sagen die info stammt von brick clicker von instagram könnt ihr gerne auch mal vorbeigucken immer am besten die augen offen halten und ohren offen halten es sind wie gesagt alles nur gerüchte aber normalerweise steckt bei diesen gerüchten immer einiges dahinter eine vespa fände ich gar nicht so schlecht muss ich sagen also ich bin nicht der motorrad fan aber so eine vespa ist halt sehr ikonisch ist halt cool muss man mal gucken wie die dann aussieht wenn das natürlich dann ja wenn das ich weiß nicht wenn das so ein kleines fiasko wird wie der t2 den t2 finde ich leider tatsächlich echt nicht so gut wäre schade aber ich bin gespannt wie die das machen ich fand die harley davidson zum beispiel ziemlich gut also die war echt gut gelungen bis auf dass es keine chromteile waren aber lassen uns mal überraschen was von diesen gerüchten am ende alles war es was diese gerüchte betrifft wenn das alles bestätigt ist werde ich dazu auf jeden fall noch mal ein video machen aber ich wollte euch schon mal ein bisschen vielleicht ein vorgeschmack geben oder ein bisschen diese gerüchte die gerade im netz rumgeistern weitergeben es gibt leider noch keine gerüchte zu irgendwelchen her der ringe sets es gibt leider noch keine wirklichen gerüchte zu einer komplett neuen themen reihe deswegen müssen wir uns dabei überraschen lassen schreibt mir gerne die kommentare was haltet ihr davon wird ihr eine vespa cool finden werdet ihr euch einen edge of ultron hulkbuster in der infinity war edition quasi holen in größer bestellt ihr euch ein set bei dem bricklink designer programm schreibt mir alles gerne in die kommentare lasst auch gerne ein like oder ein abo da wenn euch das video gefallen hat und dann würde ich sagen sehen wir uns auf jeden fall ganz bald wieder habt einen schönen tag und bis bald bis bald